So, mein Guter. Wow! Was soll denn das? Ich helf dir hier und du... Oh, 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 oh. Ziehst mein Auto auseinander. Oh, 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 oh. Hier ist ein bisschen was durcheinander geflogen nach der Explosion beim letzten Mal. Das Auto habe ich schon repariert, also da keine Sorge. Allerdings habe ich eine Mod installiert und zwar die MyWinterCarMod. Link in der Beschreibung, wie gesagt. Die ist etwas komplizierter zu installieren als die anderen Mods. Deswegen gibt es dazu ein Tutorial, was auch dann direkt morgen rauskommt, wie ihr das installieren könnt. Ist nicht so kompliziert, wie es erstmal aussieht. Wieso liegen hier überall Würste rum? Jedenfalls ist der Winter eingebrochen. Ich wollte zwar eigentlich erst ab Dezember so anfangen, Videos rauszubringen mit Winter. Allerdings muss ich sagen, dass es auch doch schon jetzt im November ziemlich kalt geworden ist. Und ich habe auch schon Gegner gesehen, wo durchaus Schnee liegt. Also, willkommen beim MyWinterCar. Wir haben... Oh, hier ist noch einigermaßen Ordnung. Das ist gut. Ist allerdings... Bin ich auch wieder in der Experimental Beta. Was bedeutet... Ach, guck mal hier. Wir haben andere Bettwäsche. Oh, ist das schön. Da oben stehen auch schon die Geschenke bereit, die eben auch zwar noch auf bis Weihnachten ist. Die Gaffinlampe ist weg und wir haben eine wundervolle Weihnachtslampe. Ich könnte sagen, wir haben die Lampe an. Die Vorhänge sind sogar anders und ich glaube, ich habe auch... Ja, die Teppiche sind auch anders. Es ist alles etwas anders. Die Texturen sind sehr interessant, denn die Backstern-Textur ist auf Schnee getrimmt, weil die wahrscheinlich meistens eher draußen vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass mir kalt ist und will eigentlich ganz gerne das Holz holen. Allerdings weiß ich auch durch einen Tipp von euch, dass wir ein kleines Problem draußen stehen haben. Der Wagen ist zwar repariert, aber man muss die Räder alle neu bestellen. Und es gibt neue. Die kenne ich noch nicht. Die auch nicht. Und die auch nicht. Wir brauchen Winterreifen. Gibt es hier Winterreifen? Geben alle keinen Namen mehr. Ach ja, ich warte so ungern auf Teile. Ich bestelle jetzt alle. Oh Gott, das wird teuer. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Geld mitnehmen müssen aus dem Köfferchen. Die sich zum Glück noch nicht wieder auf und davon gemacht hat. Die Sache ist nämlich die. Einmal ist es sehr schön, dass ihr mir Skins zuschickt. Also ihr rastet ja gerade echt aus. Ich habe locker drei, vier Skins liegen. Aber hört nicht auf. Schickt einfach weiter. Seid kreativ. Ich freue mich. Der Satsuma hat nämlich jetzt ein Skin drauf von Ledeida. Vielen Dank dafür. Ich habe mir seinen Kanal auch ehrlich gesagt eben erst angeguckt, weil ich in letzter Zeit echt viel zu tun habe. Neben YouTube. Aber ich finde, dass du echt schöne Videos machst. Vor allem das Minecraft hat mir sehr gefallen. Und auch andere Videos, wo du sehr interessant schneidest und auch schöne Sachen reinschneidest, die doch sehr amüsant sind. Also weiter so. Finde ich gut. Guckt euch seinen Kanal an. Link ist wieder mal in der Beschreibung. Hier hinten liegen Räder. Also, okay. Wir haben doch noch Räder. Sonst hätte ich jetzt wieder versucht, den mit dem Trecker auf den Anhänger zu kriegen. Was ja letztes Mal schon echt schief gelaufen ist. Ich denke aber, dass ich es trotzdem versuchen möchte, das Ding auf den Trecker zu transportieren. Einfach weil. Einfach weil ich es mir vorgenommen habe. Ich hole mal den Trecker rüber. Ein bisschen spazieren gehen im Schnee. Ist mir so angenehm. Ist hier noch ein Weg? Man sieht die Wege schlechter, oder? Oh Gott. Können wir gleich mal gucken, ob wir wieder Rechnungen haben. Oder Post vom Weihnachtsmann. Natürlich haben wir eine Rechnung. Ich habe aber die... 1800 Mark. Ich habe das Gefühl, dass es immer 1800 Mark sind. Ich habe das Licht doch ausgeschalten. Nun gut. Kann man nichts dran machen. Da vorne ist der Hänger und der Hänger ist voll mit Holz. Stimmt. Vielleicht liefern wir auch erstmal Holz ab. Aber auch länger nicht mehr. Damit das mal leer ist. Ich fühle irgendwie... Habt ihr auch so das Gefühl dabei, wenn ihr so ein Spiel spielt und auf einmal ist es Winter und... Ich muss auch zugeben, bei mir in der Wohnung ist gerade nicht so warm. Dann wird einem nochmal extra kalt. Okay, dann liefern wir mal wieder Holz ab. Ich denke mal, ähm... Ist auch nur gerecht. Denn jetzt wo Schnee liegt... Aber auch der Mann garantiert Feuerholz. Ansonsten erfriert er. Man muss auch an seine Mitmenschen denken. Aber ich muss sagen, dass hier wirklich einiges schön gemacht wurde. Diese Straßenschilder haben Schnee drauf. Und man sieht die Straße tatsächlich auch so ein bisschen. In der Anleitung stand auch, wenn man die Straße nicht genug sieht, soll man Blumen runterdrehen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber falls es sich jemand steuert. Das steht auch alles in der Readme von der Mod. Es ist aber auch nur so schrecklich während der richtig warmen Sonne. Die Sache ist ja auch, dass wir halt die Sommersonne haben. Wir haben jetzt, ähm... Ah, halb sechs gleich. Das ist jetzt die Abendsonne. Die im Sommer richtig schön runterknallt. Oh, die knallt im Winter genauso runter, glaube ich. Egal, da vorne ist der Mann, der Holz braucht. Oh. Er hat sein Holzhaus fertig gemacht. Er trägt einen Pullover. Moment, gehört das zum Mod oder ist das jetzt Standard? Moin. Genosse. Ah, sehr gut. Du hast Handschuhe an. Das freut mich. Handschuhe, dicken Pulli. Also ich habe das Gefühl, dass die Mod wirklich ausgereift und geil ist. Sein Haus ist sehr verschneit. Oh, guck mal. Er hat weihnachtliche Lichter an. Okay, 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 okay. Die Sache ist zwar die... Ja, wir haben November. Es ist noch nicht Weihnachten. Ich weiß. Aber es ist... Der Winter kommt. Und da wir schon das ganze Jahr über im Sommer unterwegs sind, dachte ich mir, wir werden jetzt ein bisschen auf Winter machen. Ich muss mal die Bierkiste so stellen, dass ich auch ins Bier drankomme. Das ist wichtig. Okay. Ich sage, wir fahren jetzt nach Hause und versuchen den Zezuma da drauf zu schmeißen. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt was anderes noch starten... Es ist gleich sieben Uhr. Das Sandmännchen kommt. Ich muss ins Bett. Außer bin ich einfach müde. Und dann werde ich, denke ich, in aller Frische morgen oder so versuchen, den Zezuma ins Auto zu kriegen. Also, ins Auto ist gut. Auf den Hänger. Und an einem schönen Mittwochmorgen stehen wir hier auf der Toilette und sind bereit für große Taten. Okay. Jetzt zieht die Anbremser, damit wir nicht wegrutschen und hebe das Ding hoch. Hoch? Hebe ich das Ding hoch? Ich hoffe, ich hebe das Ding hoch. Nee. Hä? Ich bin nicht mal am Auto. Vielleicht liegen die Räder im Weg. Hier liegt gerade gar kein Schnee in der Einfahrt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder... Aber da... Schnee taut ja auch manchmal, ne? Passiert. Okay. Also wieder Gabel runter. Ein Stück vorfahren. Können wir das vielleicht von außen sehen? Ja, tatsächlich. Oh. Er will da nicht wirklich drunter schieben. Wir drücken ihn wogegen. Oh Gott. Ah, jetzt. Okay. Man muss ihn nur vor eine... Oh, gegen eine Wand drücken. Ah, das war nicht gut. Okay, okay. Reicht das denn? Nee, das reicht nicht. Hm, okay. Dann kann ich ja gleich mal meine Geheimsache auspacken. Ich habe rausgefunden, dass diese Superkraft hier nicht nur... Da ist ja Wurfstärke. Ist in welche Richtung? Keine Ahnung. Äh, das ist... An und aus. Und hier haben wir... Gegenstände. Welche fahren mögen wir denn? Red. Okay. Ich hätte gerne einmal eine Box. Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung, wofür das hier ursprünglich gedacht ist. Aber... Ich möchte es gerne benutzen für etwas, wofür es wahrscheinlich nicht gedacht ist. So. Okay. Und jetzt hätte ich gerne auch Verrampen. Äh. Board. Cylinderball. Capsule. Es gibt es keine. Moment. Board. Ist ein Brett. Okay. Doch. Damit können wir arbeiten. Das sieht doch nach einem guten Plan aus, den ich hier habe. Ich will da hochfahren mit dem Träger und dann das Ding da drauf setzen. Oh Gott. Wieso? Haben wir noch... Was haben wir sonst für Formen? Das passiert nicht. Was ist Capsule? Oh. Das ist eine ganz große Tablette. Ähm. Ich glaube, die entsorge ich erstmal durch den Boden. Okay. Ja. Ich fahre tatsächlich da hoch. Aber ich bleibe oben nicht stehen. Das ist das Problem. Okay. Wir haben ihn drauf geworfen. Ja. Er ist drauf. Okay. 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 Mehr wollte ich nicht. Das ist so unglaublich sinnvoll. Wir haben ihn drauf gekriegt. Okay. Er liegt jetzt nicht wunderbar traumhaft schön, aber wir können eigentlich mal versuchen, ihn ein bisschen zu schubsen. Ich werde jetzt eben noch die anderen Teile hier drauf schmeißen und dann fahren wir in die Stadt. Ich weiß allerdings nicht, wie sich der Wagen da hinten drauf jetzt verhalten wird. Er rutscht ganz gut. Vielleicht hätte man die Handbremse anziehen sollen. Naja. Oh, da vorne ist die Polizei. Na toll. Jetzt macht er Geschwindigkeitskontrolle. Ja. Moin. Ich glaube, ich muss anhalten. Ich denke nicht, dass wir zu schnell sind. Aber wir haben vielleicht ein bisschen getankt. Moin, der Wachtmeister. Uh, bei der Kälte draußen stehen. Moment. Mal kurz nach meiner Ladung gucken. Okay. Setsuma. Ein Rad. Und der Rest ist wahrscheinlich da drunter. Ja, da liegt eine Menge rum. Okay. Ach, werden wir schon mal hier anhalten. Können wir auch mal die Handbremse anziehen. Auch wenn wir gleich eh schon da sind. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ladung ist gesichert. Falls wir das überprüfen wollen. Achso, richtig. Auf der Seite gehen, wo keine Autos langfahren. Ja. Ah, dann zeig mal her. Es ist kalt. Jetzt kommen wir nicht mit... Weißt du, wie langsam die Karre fährt? Alles gut? Oder muss ich zum Kollegen rüber? Ich sag mal hallo. Moin. Na, alles gut, Jungs. Ja? Alles super. Sehr schön. Ähm, wenn ihr schon mal hier seid. Ähm. Ihr habt letztes Mal was verpasst. Und zwar... Feuerwerk. Ich mein, jeder mag Feuerwerk, oder? Moment. Was mach ich denn hier? Das ist völlig falsch. Ich kann die auch direkt... Wow! Das wollte ich nicht. Ehrlich, Jungs. Das wollte ich nicht. Na toll. Jetzt liegen die hier rum. So war das nicht gedacht. Ich wollte eigentlich... So, das sind jetzt 50 Stück. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Ich hoffe, ihr seid geduldig. Und ich hoffe, das geht überhaupt. Nicht wirklich. Ja, haut ab. Viel Spaß mit dem Feuerwerk. Okay, gut. Dann... Oh, das ist schön. Moment. Da geht mehr... Winterfeuerwerk. 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 Okay. Okay. Feuerwerk ist damit offiziell beendet, Jungs. Ähm, ihr wollt mich ja eh nicht mitnehmen. Und eure Kollegen sind weg. Was haltet ihr davon, wenn ihr mit mir kommt? Ich denke, ich habe noch Platz auf dem Hänger für euch. Nimm mal die Sonnenbrille ab. Du wirst, du hast jetzt Feierabend. Das ist ja unser alter Freund, der leider, leider, leider damals abgehauen ist. Oh, ich pinkel schon wieder auf den, der sich immer auf den pinkeln muss. Es ist ein bisschen doof, dass die Polizisten jetzt abgehauen sind ohne ihre Kollegen. Aber hey, wofür hat man Freunde, ne? Der Bauer holt die Bullen rein. Ist ja auch kalt draußen. Nimm das Bein bitte da rüber. Okay. Ich werde jetzt gerade vom Bus getrieben, interessanterweise. Er ist mir hinten reingefahren und schiebt mich jetzt vor sich her. Aber hey, so schnell waren wir doch nie im Trecker unterwegs. Ich frage mich, ob ich den Gang einfach rausnehmen kann, auf Leerlauf. Oh ja. Sehr schön. Der Bus fährt uns. Was auch sehr schön ist, dass unser Wagen da steht. Okay, und jetzt rollen wir an die Tanke. Danke, Bus. Arsch. Oh, Bremsen. Das war kein tolles Bremsen, aber er steht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, warum wir hier sind. Ach ja, richtig. Erstmal den Umschlag abgeben, damit die Zeit schon mal ablaufen kann, die wir auf unsere Teile warten. Nicht durch den Boden fallen. Oh, Gott sei Dank. Ich habe jetzt den Wagen hingebracht. Und weiß nicht, gar nicht so genau, wieso. Warum ich auseinander? Ja, wird passieren. Jetzt nehmen wir erstmal unsere netten Herren von der Polizei hier runter. Ohne alle umzubringen, hoffentlich. Aussteigen bitte. Der Polizeibus endet hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Das war so nicht geplant. Das Problem ist nämlich, wenn ihr das ein- und ausschaltet und unter was drunter steht, dann schmeißt ihr alles durch die Gegend. Ah. Okay, das jetzt nochmal liegt hier neben. Gut, er ist wieder zusammengebaut. Es fehlt ein Kotflügel, aber ich finde, das ist ein guter Schnitt. Dafür, dass wir das Ding auf dem Hänger hier hingeholt haben. Oh, guck mal, es ist sogar Schnee und Dreck auf der Fußmatte da unten. Das ist hier mal... Oh, ich liebe die Detailtreue dieses Mods. So, ich springe an, mein Kleiner. Jetzt möchte ich hier mit Karacho runterfahren. Na toll. Höchst spektakulär. Kann ich dazu nur sagen. Oh, Mann. Okay, so viel Karacho war da jetzt nicht. Jetzt kriege ich nicht mal die Tür richtig offen, weil hier... Oh, Gott, ernsthaft. Kriege ich sie hier offen? Das klappt ja mal wieder richtig gut. Muss mal den Trecker mit Stückchen vorfahren, damit... Ach. Jetzt, äh, ja, gut. Wir haben unseren Zertzuma. Wir haben den Stunt ein bisschen versemmelt. Wir warten auf die Räder, was übrigens sehr schön ist, dass die leuchtenden dran sind, obwohl ich an der Experimental Beta bin. Das wäre jetzt natürlich sehr sinnvoll. Ich bin mit dem Auto auf dem Hänger hier hin. Das hat Ewigkeit genaue Art. Und jetzt, ähm, warte ich auf Räder. Aber in der Folge soll es hier eh nicht nur um die neuen Räder gehen, denn wir haben noch ein bisschen mehr vor. Die netten Herren Polizei sind hier. Ähm, und ich möchte gerne beim TÜV aufs Dach. Was sich jetzt erstmal sehr blödsinnig anhört hier. Die Polizisten lasse ich erstmal hier liegen. Für euch habe ich momentan keine Verwendung. Aber ich denke, bevor wir das mal in den TÜV machen, gucken wir erstmal, was da hinteren los ist. Da lag ja der... unser netter Freund... Äh, im Gebüsch. Vielleicht hat er sich festgefahren. In dem ganzen Schnee. Könnte ja sein. Aber wir haben ja genügend Bretter dabei, um ihn vielleicht rauszuhelfen. Wuch. Ich hoffe, das sind Winterreifen. Wie viel haben wir eigentlich? Ah! Fünf Uhr, da mit das. So, wie sieht's aus bei dir, mein Freund? Du hast dich einfach festgefahren? Das ist ja ärgerlich. Ich könnte aber versuchen, ihn rauszuziehen. Das wird jetzt ja mein erster Ansatz sein. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht... Ich hoffe, das Seil ist lang genug. Ich habe jetzt nicht völlig falsch geparkt. So, Abschleppseil! Und Abschleppseil. Lebenstipp von mir. Wenn ihr wollt, dass euch mal jemand hilft, wenn ihr ein Problem mit dem Auto habt, dann hilft auch anderen Leuten. Es halten viel zu wenig Leute an, wenn andere Leute eine Panne haben. Und go! Setsuma! Oder vielleicht mit einem Ruck. So, und so. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, okay. So, mein Guter. Wow! Was soll denn das? Ich helfe dir hier? Und du... Oh, 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 oh. Ziehst mein Auto auseinander. Gut, dass ich Handbremse angezogen habe. Ja, komm schon, komm schon, los, los. Mann! Netter Typ. Hier einfach unseren Axtschenkel rausgerissen. Soll ich jetzt echt hier reparieren? Während der Bus gleich kommt? Okay. Okay, ich habe keine andere Wahl. Der muss ab. Der muss immer ab. Das wissen wir ja. Das ist, ähm... Das Federbein ist auch draußen. So, laut deiner Anleitung, die ich im Internet gesehen habe, muss erst das rein. Ist auch noch angeschraubt? Okay, ist das alles noch angeschraubt? Sollte, wir müssen es nur wieder reinschmeißen. Die Vorderachse ist mir auch noch nicht auseinandergeflogen, glaube ich. Die Frage ist ja doch, Antrimsfeld ist auch noch drin. Okay, wir brauchen es wirklich nur zusammenzustecken, scheinbar. Na warte, der kann sich jetzt erstmal was anhören von mir. Vielleicht war es doch nicht festgeschraubt. Vielleicht war es doch nicht festgeschraubt. Aber wir haben nur das Rad verloren. Okay. Das hat mich alles sehr ermüdet, muss ich sagen. Ich muss jetzt dringend in die Stadt und rum. Schlafen. Okay. Ich werde nicht draußen schlafen, denn es ist kalt. Ich werde mir eine beheizte Wohnung einrichten. Und zwar in dem Sinne, dass... Ich tatsächlich den Motor laufen lasse und schlafen gehe. Umweltechnisch höchst fragwürdig. Aber ich will jetzt gerade echt nicht erfrieren. Das geht zwar jetzt so in dem Sinne in dem Spiel nicht. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Aber... Na, besser Vorsicht. So, wir haben... 6 Uhr. Taimo hat noch geöffnet. Das ist schön. Denn hier steht eine Kiste Bier rum, die ich gekauft habe. Denn meine andere habe ich irgendwie unterwegs verloren. Taimo kauppbar. Wann sind denn meine Re... Was ist das? Oh, Ölfilter. Kann ich allerdings... Ach, ich kann nichts kaufen, weil der Laden doch zahlt. Okay, es gibt doch Ölfilter. Wir sollten vielleicht mal das Öl wechseln beim Setzum. Allerdings erst morgen nicht wahr, Taimo. Nicht wahr? Denn Taimo lässt uns jetzt gerade nichts kaufen. Dann können wir erstmal uns unserem Projekt widmen. Und du, mein Freund. Das war echt nicht nötig, ja? Ja, guck bloß weg. Schäm dich. So, da will ich drauf. Ähm... Ich weiß noch nicht, wie ich es anstelle, ehrlich gesagt. Aber irgendwie mit diesen... Dingern, die ich habe. Ich weiß noch nicht, wie vielversprechend die ganze Sache ist. Vielleicht endet es auch einfach nur wieder mit einem kaputten Auto. Aber das wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Oh. Oh, die kommen hier rüber. Wow. Oh. Der Kubus ist robust. Das war so nicht gedacht. Aber, äh... Uns ist ein gewisser Herr gegen den Kubus gefahren. Möchte ich gern von deinem Auto trennen. Danke. Okay. Ähm. Okay. Dann, was weiß ich was? Setz dich mal hier rein. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir sowas hier. So eine Art Treppe. Allerdings kann mein Auto echt schlecht Treppen steigen. Deshalb brauchen wir... Ähm... Eins, zwei... Drei, vier... Fünf, sechs... Sieben, acht, neun, zehn... Elf, zwölf... Keine Ahnung. Ein Haufen Bretter. Jedenfalls sind die Dinger robust und man kann drauf... Äh, massiv und man kann drauf laufen. Das finde ich schon mal sehr cool. Ähm... Oh Gott. Nein, ich hab alles umgeworfen. Ich hab alles umgeworfen. Das ist doof. Das ist doof. Ich denke, ich habe jetzt fast das, was ich wollte. Also auf jeden Fall kann ich schon mal zu Fuß... Super auf das TÜV-Dach steigen. Hopp. Okay, so in der Art. Ähm... Fragt mich nicht, wie. Sagen wir es einfach so. Wir haben Donnerstag... Äh... Morgen. Es dauert. Hier will ich jetzt hochfahren. So, ich versuche es einmal vorsichtig. Ansonsten muss ich mit Vollgas da hochknallen. Und ich glaube, dass ich Vollgas brauchen werde. Und zu Vollgas gehört auch... Nitro. Und los. So sieht man natürlich jetzt sehr wenig. Okay. Soviel dazu. Die schieben sich alle zusammen. Ist sehr schade. Aber offensichtlich klappt das so nicht. Hm. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um diesen Berg zusammenzubauen. Und dann... Ach, er war überhaupt so Reifenspun hier an der Seite. Gut. Toll. So sei es dann rum. Allerdings höre ich wieder einen Kollegen in Not. Und wir werden wieder jemanden aus Schnee befreien. Allerdings diesmal. Oh. Mit den Rampen. Ich finde es schade, dass keine Rampen vorgefertigt dabei sind. Sondern nur diese blöden Bretter. Oh Gott. Was hast du wieder angestellt? Ja, warst du auch nicht auf den Winter vorbereitet, ne? So. Abschlepp. So. Sei bitte gut zu mir. Ich bin jetzt auch gerade zu dir. Das Problem ist nur gerade, dass ich nicht viel Grip habe. Scheinbar. Und sogar noch ein Rad in der Luft. Das ist nicht hilfreich. Oh Gott. Befehlszündung. Okay. Aber mir war etwas überanstrengend. Ich denke... Ich glaube, da können wir dir vielleicht tatsächlich mit den Brettern helfen. Ich hole mal ein paar Bretter. So. Geh erstmal durch den Boden wangen. Okay. Hat sich gerade erledigt. Oh. Ernsthaft. Meine Güte. Alle. 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 Gehen kaputt heute. Wirklich alle. Kriegen wir ihn denn irgendwie hier rein? Oh Gott. Okay. Ich habe ihn drin. Heizung läuft. Wärme dich ein bisschen auf. Jetzt kommen wir uns aber ganz schön nahe hier gerade. Weiß ich, was da für eine rote Lampe leuchtet? Öl? Wir haben keinen Öldruck. Das heißt, du wartest hier und ich hole die Sachen für den Ölwechsel. Was ist jetzt? Ich habe doch meine Superkraft gar nicht mehr an. Oh. Okay. Die Tür ist wirklich irgendwie ein bisschen kaputt gerade. Die schrauben wir gleich fest. Ich denke, wir werden mal den Wagen auf die Hebelbühne da nehmen. Denn wofür sind wir denn so stark? Einen ganzen Tag trainieren und weiß nicht wofür. Ach, er fällt erstmal raus? Okay. Er will doch aussteigen. Auf der Hebelbühne will er nicht mit rumhängen. Will ich jetzt mal gucken. Wie ist das mit dem Ölwechsel? Ich denke mal. Dass wir das da losschrauben müssen. Wir müssen eigentlich irgendwas drunterlegen. Ich habe jetzt echt nichts zum drunterlegen. Motoröl. Shoppingbag. Shoppingbag. Okay. Und Werkzeug. Traumhaft. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch sogar eine Dichtung kaputt ist oder so. Aber erstmal haben wir zu wenig Öl drauf. Okay. Jetzt lasse ich glaube ich gerade das Öl ab. Ich weiß es nicht. Warte mal. Das Interessante ist auch... Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe... Ist nicht euer Ernst, oder? Sobald man in diesem Spiel was kaufen kann, ist es nicht mehr im Auto. Das bedeutet... Ich sehe hier gerade was. Wir haben keinen Ölfilter im Auto. Es ist kein Ölfilter drin. Es ist... Das ganze Öl ist einfach rausgelaufen. Dann... Ja, dann drehen wir die Schraube hier unten wieder fest. Ist jetzt genug Öl auf dem Werkstattboden gerollt. Aber wenn wir schon mal hier rumhängen, dann können wir auch mal in den Motor reingucken. Ich habe ja den Röntgenblick für Motoren in diesem Spiel. Die Kugelwelle sieht noch ganz okay aus. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir zu wenig Öl hatten und die Kugelwelle geht kaputt, dann war es das. Ähm... Zylinderkopfdichtung hätte ich gerne gesehen. Kann ich aber von hier aus nicht sehen. Okay. Das bedeutet, wir haben die ganze Zeit kein Öl drin und kein Öl. Aber ich habe nicht hingeguckt. Oh Gott. Immer schön auf Anzeigen achten. Immer schön auf Anzeigen achten. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist das... Ja, es ist voll. Okay, sehr gut. Einstecken. Ähm... Jetzt möchte ich aber auch gucken. Ölpeilstab. Ist da der Dipstick. F. Mhm. Das ist schön hier. Da, wo es golden ist, da ist Öl. Eigentlich fehlt da noch was. Zwischen Minimo und Maximum. Ich weiß nicht, wie es bei dem ist. Ich fahre ein Opel aus den 90ern und da ist zwischen... Moment. Zwischen Minimo und Maximum der Markierung. Das ist ein Liter. Also... Ich muss eigentlich noch was draufschütten. Aber gut, wenn das Spiel sagt, er ist voll, dann ist er wohl voll. Oh ja, Öldruck vorhanden. Und zwar schlagartig. Die Batterie ist auch okay. 12 Volt sollte sie haben. Und bei 14 Volt ungefähr, wenn sie geladen wird. Sieht nicht so toll aus, ehrlich gesagt, mit der Batterie. Aber es geht schlimmer. Ich glaube, ich drehe mal eine Runde und gucke, ob die Herren mit dem Geschwindigkeitskontrollen noch da sind. Auch das Beste eben. Auf Nitro gefahren, aber ohne Öl drin. Mhm. Cool. Da ist die Polizei! Da ist die Polizei! Oh Gott, ich will die Polizei jagen. Ich habe jetzt leider keine Raketen, aber im Raketen gerade ausschießen bin ich ja auch echt schrecklich schlecht. Das wissen wir ja. Ich will mal wissen, ob sich die Polizei dafür interessiert, wenn ich die anstupse. Oh, ich hätte was trinken sollen. Naja gut. Oh, er guckt schon rüber. Oh, das ist die Polizei, die wir so, 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 so übel zugerichtet haben, tatsächlich. Können wir die irgendwie gegen Baum lenken oder in Gegenverkehr? Ich versuche die mal ein bisschen zu drücken. Ich weiß nicht, was da so quietscht, aber das mit dem Drücken hat scheinbar nicht so viel Erfolg. Doch ein bisschen, oder? Ja, wir kriegen sie langsam rüber. Ich glaube, das ist einer unserer Reifen, die da quer steht. Und da kommt Verkehr? Aber es reicht noch nicht. So, jetzt haben wir sie auf der anderen Seite. Aber sie zieht zurück. Okay. Gut, unser Reifen ist offenbar noch dran. Und jetzt kommt Gegenverkehr. Ah, ihr Mistkerle. Ich befählte mir gerade einen, die rechte Tür ist nicht festgeschraubt. Richtig. Und wir haben ganz schön Durst. Okay, ich muss mal versuchen, was zu trinken. Ich weiß nicht, wie gut das klappt. Deswegen fahre ich ein bisschen langsamer. Ach, ich kann im Auto nichts rausnehmen aus der... Ah. Jetzt aber. Das war so klar. Was macht ihr denn? Na toll. Okay. Alter. Die ganze linke Seite ist mein Fahrwerk weg. Aber das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt für das heutige Video. Und zwar... Moment. Aber erst mal... Wow, die Sachen von der Straße. Während ich hier auf die Straße pinke, wird weit ausgesteckt haben, das alles ganz toll finde. Ähm. Werde ich mal eben was basteln. Und zwar hätte ich gerne ein Kugelbad. Ich repare jetzt das Auto und währenddessen liegt hier das Kugelbad dann rum. Und ich möchte, dass alle Leute, die hier vorbeikommen, Spaß dran haben. Obwohl, es läuft hauptsächlich zu meinem Auto hin. Okay, das Problem ist, dass die Straße gewölbt ist. Und die Kugeln alle... Wegrollen. Ähm. Ich werde mein Auto freigraben. Dann erstmal reparieren. Und dann sehen wir weiter, was wir mit diesen Kugeln auch anstellen. War jetzt nicht ganz so sinnvoll. Allerdings, was wir tun können... Dinge, die nicht wegrollen, sind zum Beispiel... Ups. Sowas hier. Davon können wir einen Haufen hier hinlegen. Huch, jetzt sind sie gelb. Naja, ist es auch egal. Okay, jetzt soll ich hier wieder rausgehen. Denn wenn hier Autos kommen... Das kleinen Bund tut komisch. Da kommt schon der erste Kunde. Hui. Er fährt einfach durch. Okay, sehr schön. Allerdings ist das alles ganz lustig und so, bis man merkt, dass man die Hinterachse komplett verloren hat. Ich denke, ich muss tatsächlich ein paar Sachen einfach mal... ...einpacken. Und... Keine Ahnung. Irgendwie erstmal hier wegkommen. Jetzt vorne noch mal das Rad abgefallen. Ey, ich werde noch wahnsinnig. Das ist dieses... Dieses Rad fällt nämlich tatsächlich ab, obwohl man es... Ey. Obwohl man es vorher definitiv festgeschraubt hat. Hier fällt gerade alles ab. Was soll denn das? Okay, die Tür will nicht. Mir ist das jetzt alles ein bisschen zu blöd. Ich habe das Rad angeschraubt. Das muss reichen. Oh, ich komme nicht rein. Die Örstlichtteile hole ich dann... Außerhalb der Aufnahme hier wieder ab. Okay, weg hier. Ich habe noch mehr passiert. So. Auch mit nur drei Rädern fährt es sich doch immer noch traumhaft im selbstgebauten Auto. Oh, schneller als der da. Da rappt doch was, als hätte ich einen Platten. Okay. Wir sind hier. Wir sind hier. Das ist das, was zählt. Ich bin müde. Oh Gott. Oh Gott. Und ich höre die Polizei tatsächlich. Wir haben Platten. Da. Aber ich möchte echt gerne wissen, wo die Polizei ist und was... ...sie so anstellt. Ob die uns sucht. Wir möchten nämlich gerne die Rechnung bezahlen, ehrlich gesagt. Oh, ein Auto mit vier Rädern. Das ist ein Luxus. Dass man sich erstmal gewahr werden muss. Okay, sie werden lauter. Oder da vorne ist irgendwas blau. Man sieht es nur in der Außenansicht. Nicht in der Innenansicht. Ja, da vorne ist die Polizei. Ah, die Polizei hängt dann etwas fest. Da ist die Polizei. Ja, sie will zu uns. Okay. Die Herren von der Polizei, zu denen ich hinfallen muss, weil sie es nicht hinkriegen, zu mir zu fahren. Ihr seid ja fasziniert. Für euch habe ich etwas ganz Besonderes dabei. Uh, die sind für euch. Danke. Was kostet es? 38.000. Oh Gott, ja, ich will nicht in den Knast. Jetzt bin ich wieder so gut wie pleite. Ihr Doofköpfe. So, wir fahren jetzt erstmal zum Setsuma zurück. Wir müssen dringend schlafen. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge dann ein paar neue Räder haben. Denn der eine Reifen ist ja offensichtlich platt. Das bedeutet aber auch scheinbar, dass man die Räder mehrfach bestellen kann. Denke ich. Die waren auch, nachdem ich sie bestellt hatte, nicht durchgekreuzt. Also, dass sie sie schon haben. Das ist interessant. Das ist ein interessantes neues Gimmick. Okay. Ich fahre jetzt wieder zurück zur Stadt. Ich muss mich ausruhen. Das war alles nicht ganz so geplant wie gedacht. Aber so ein Wintereinbruch, der kann einen auch ganz schön übermannen, sag ich mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Loco.